Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Adventskalendertürchen und heute sind wir begraben. Dann schauen wir doch mal, wie das so ist. Fuck! 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 Fuck, 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 fuck! Help! Help me! Please! Shit! Okay. Shit. Shit. This is okay. This is okay. This is okay. This is okay. Shit! Where is it? Where is it? Alright. Okay. 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 Die Maus ist wie zu schnell. Jetzt ist sie viel zu langsam. Was war das? Fahrzeug. Du solltest... Ne, es ist wichtig, mit deinen Dichtquellen umzugehen. Du kannst entweder das Fahrzeug oder das Telefonlicht benutzen, wenn da genügend Batterie oder Flüssigkeit vorhanden ist. Wenn nicht, dann bis im Dunkeln. Drücke 2 für das Fahrzeug. Das Telefonlicht zu benutzen mit 1 und F für die Flashlight-App. Du willst nicht zu lange im Dunkeln sein. Das ist mein Leiter. Das sah aber vorhin anders aus. Mein Telefon. Okay. Ich brauche auch ein Key. Das ist 2.17 Uhr. Nope. Nope. Ich brauche etwas für das. Okay. Ja. Kurschergürtel. Ich brauche einen Key. Ich brauche etwas für das. Aber wir haben was zu trinken. Eine 9. Ich brauche einen Key. Okay. Drei Zahlen. Wir haben eine 9. Äh. Wie komme ich da wieder... wieder weg? Wuben wir keine. Ähm. Sag mal... Wenn das meine Hand ist, wessen halt ist das? Alter. Was ist eine 5? 9 und 5? Ich bin... Ja. 9 und 5. Kannst du mal das Telefon runter machen? Was ist das? H4, sag mal. Das hält sich dein Ernst. Ich brauche etwas für das. Ja, 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 ja. Wie lange haben wir denn Licht? Ich brauche etwas für das. Ich brauche eine Schlüssel. Ja, hab ich schon verstanden. Mir fehlt noch eine Zahl. Ähm. Oh Gott. 2, 1, 9. Solange im Dunkeln sein ist nicht gut für deine Angst. Während du im Dunkeln bist, steigt deine Angst sehr schnell an und veranlass dich zur Panik und das will den Sauerstoff reduzieren, der dir noch bleibt. Und, ähm, das Licht anzulassen macht zwar, dass du dich sicher fühlst und dass Angst darüber runtergeht, das einzige Problem ist aber, dass die Licht, äh, Quellen nicht für ewig anbleiben können. Ähm. Nehme einfach auf ihre Seite, ne, benutze das nur, wenn's nicht anders, also, ne? Ja, das, äh, das, äh, oh. You will die hier. Also, oh, guck mal. Guck hier mal. I need a key. I need a key. I need a key. I need a key. I need something for this. I need a key. Was, was hab ich da gerade eingesammelt? Hier vielleicht? Mach mal das, oh, ne, machen wir das Licht wieder an. I need something for this. 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 Und was hat das jetzt genau gebracht? Schroben zu haben? Kannst du mal mit deinen Füßen irgendwas? Nein, ich will das nicht. Geh weg da. Ah, wie viel Zeit hab ich denn? Gut. Neun. Fünf. Fünf. Everything is fine. Ja. Alles ist fine. Neun. Fünf. Irgendwas. Warte mal. Fünf. Drei. Zwei. Drei. Drei, zwei, drei. War hier nicht noch irgendwann Zahlenschluss? Die Uhrzeit geht weiter. Der Akku geht auch weiter. Hör auf damit! Ich hab dich genau gesehen. This is okay. I need a key. I need a key. Alter. Geh weg. Ich bin überfragt. Neun. Fünf. Neun, neun. Oder neun, fünf. Fünf. Neun, neun. Ja, dann nick ich. Das doch mal weg hier. Das mal aus. Was war das? Was ist das? Was war das? Fünf. Neun. Ich hab irgendwas eingesammelt. I need a key. I need a key. Hier kommt was. Tatsächlich. Nein. Hör auf das Telefon wieder hinzu. Es gibt echt nicht viel Knöpfe hier, ne? Aber ich hab's nicht drauf. fünf, neun, neun. Neun. I can do this. Ja, ja. I can do this. Und wie? Nein, sei still da. Fünf, neun, neun. Ohne. 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 Ohne so zu atmen. Ah. Ohne. Ich seh dich doch. Geh weg. Ich hab schon von Panik wieder vergessen, was da drin war. Hab ich noch irgendwas gekriegt? Achso, ich hab noch einen Key gekriegt. Okay, was bist du? Ein Hammer. Kann ich dir ins Gesicht hauen? Du störst mich ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr seht nicht nach ganz oben? Doch. Was war's? 5, 3, 2, 2. Wir müssen auch noch mal gucken. 5, 3, 2, 3. 5, 3, 2, 3. 5, 3, 2, 3. Ich kann das machen. 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3. Hör auf. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, dieses Geräusch. Ja, 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 ja. Halte durch. Dann machen wir das wieder aus. Warte mal kurz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 3, 2, 3. 5, 3, 2, 3. Jetzt kann ich das hier nicht mehr machen, oder was? Was denn? Jetzt doch. Was ist denn mit unserem Gürtel hier? Ich weiß nicht mehr. Ich habe nur 5 Prozent Akku. Kann ich noch jemand anrufen? Oh, okay. Oh, so, nothing. Also, wie Raum kann man immer sagen. Okay. Sag, Dings. Was? Ich sehe dich ganz genau hier. I need a key. I need a key. Ja, I need a key. Was kommt denn da hin? 411? Das ist auch zu wenig. Service. Service. I need a key. Aber ich habe keinen. Ich habe Scheiße angeklickt. I need a key. 2, 3, 4, 5. Ich verstehe das nicht. Aber nicht durch Rumprobieren sein. Oh, mein Handy ist tot. Ja, sehr schön. Ich denke, das ist auch jetzt nicht so der Schnellste. Äh, Beste. Ich habe C schon wieder gerade. Das ist okay. Ja, ja, alles okay. Ich kann sonst nichts anklicken. Das habe ich auch andersrum, habe ich es ja auch schon gemacht, ne? Fünf, drei, zwei, drei. You will die in here. Ja, wunderbar. Was ist das überhaupt? Ich glaube, wir machen das nochmal. Mein Handy ist tot. Der Schnellste ist tot. Der Schnellste ist tot. Wir machen das nochmal. Oh, hallo. Ich konnte gerade irgendwas anklicken. Wir machen das nochmal. So. Ich muss gestehen, diese eine Sache habe ich tatsächlich nachgeschaut. Wo ist eigentlich die Spinne hin verschwunden? Ich brauche eine Karte. So, ich habe den Anfang schon wieder vergessen. Ja, wir haben mein Fahrzeug. Ich brauche eine Karte. Alles super. Oh, es stehen auch andere Zahlen da. Aha. Sehr schön. Hier kommt das. Fünf. Hier war doch auch irgendwann eine Zahl. Ich habe das. Schon wieder vergessen. Ich brauche etwas für das. Ich brauche etwas für das. Ich brauche etwas für das. Liegt das mal welche? Die habe ich noch nicht. Ich brauche etwas für das. Ich brauche etwas für das. Ich brauche etwas für das. Ich brauche eine Karte. So, drei Zahlen. Meine Eins. Meine Fünf. Und... Was ist das denn? Ist das eine Eins? Eins, Fünf. Eins. Eins. Jetzt, wo ich das sehe, die Dinger zeigen auch hier unten. Eins, Fünf. Eins. 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 Fünf. Na? Was denn? Sag mal. Wie so null. So null. Ich brauche etwas für das. Ich brauche etwas für das. Ich brauche etwas für das. Ich brauche eine Karte. Ich brauche eine Karte. Ich brauche eine Karte. Ne, der Karte nicht. Der Karte. Oh, null. Eins, Fünf. Okay, ja. Gut. Ich brauche etwas für das. Ich brauche etwas für das. So, mach es mal den an und dann packst du es mal weg, damit du ein bisschen... Oh Gott, meine Ohren. So. Und, äh, ja. Ich habe das einmal nachgeguckt. Ich muss ja trotzdem das hier eingeben. Es ist von der... Von anders herum gedacht. Äh. Pia, Pia, Pia. Eins. Ne, hallo. Das war von oben, glaube ich. Vier, 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 eins. Nein, ich dachte... Doch. Sehr komisch. Steht zu spät. Äh. Mach mal an hier. Hallo. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Hallo, ich seh dich doch. Everything is fine. Sag mal. Ich kann dich doch sehen. Blenders? 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 This is not how I die. Oh, Gott. Wir sparen mal kurz ein bisschen Akku. Ich weiß nicht, werden wir hier wirklich... Ich verstehe, wenn ich sie nicht richtig mache, dann geht es gut. Ich kann mich nicht verletzen. Ich habe mich nicht verletzen. Und wenn da Erde ist, was dann? Dann ersticken wir. Und jetzt? Haben wir überlebt? Ja, endlich. Wir sind entflohen. Danke, dass du begraben gespielt hast. Ich wollte etwas Andersartiges kreieren und etwas Interessantes für Halloween. Kann ich das bitte nochmal lesen? Nein? Gut, dann drückt ihr alle da an der Stelle auf Pause und lest es dann nochmal in Ruhe. Ich hätte das gerne weiter vorgelesen, aber dann ist es halt weg. Schade. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.